Ja Freunde und damit Willkommen zu einer neuen Folge von MotoGP24 und es geht heute weiter in Frankreich in Le Mans bei dem Wochenende, was gerade auch in Relife aktuell stattfindet. Und ja, letzter Part lief auch wieder sehr solide, also wir hatten die Pole in Harris, was sehr sehr stark gewesen ist im Trockenen, Rennen dann leider wieder mal im Regen stattgefunden wie in der USA. Also hätte ich auch nicht erwartet, dass in Spanien jetzt plötzlich der Regen kam. Trotzdem am Ende Platz 4, sehr gutes Ergebnis, an sich die KI war plötzlich sehr stark, also vor allem halt die ersten drei. Also Banaya, Martin und Vinales glaube ich war das. Die waren extrem weit vorne plötzlich, über 5 Sekunden hatten die Vorsprung, diese erste Dreiergruppe und wir aber trotzdem auf einen soliden vierten Platz. Der Teamkollege wurde neunter, war auch zwischenzeitlich sogar mal fünfter, ganz knapp hinter uns. Hat es leider an uns aber nicht mehr vorbei geschafft. Danach habe ich noch die Testfahrten gemacht, ihr seht den Leistungsvergleich, also unser Team ist glaube ich ungefähr noch im gleichen Level. Wir haben aber einige Teams auch etwas eingeholt, also extrem knapp zum Beispiel zwischen Yamaha uns und dann auch V46, also gefühlt gar keine Lücke. Genauso Trackhouse ist auch nur minimal schlechter. Also auf jeden Fall ganz interessant, ich würde sagen wir legen los. Ich schaue mal kurz Rennen, neun Runden, okay das passt denke ich. Also ich mache dann doch keine 50% erstmal, also 35 geht da glaube ich noch klar. Und diesmal endlich mal kein Regen und ich bleibe bei der adaptiven KI, dürfte passen. Damit lege ich los mit dem Training. Ist zwar kein Regen in Sicht, aber trotzdem sehr bewölkt aktuell im Training. Ey das kann ja wirklich nicht sein, also die KI fährt gefühlt immer genau dann raus, wo ich gerade auch auf der schnellen Runde bin. Naja diesmal wenigstens nicht ganz vor der Nase. Le Mans auf jeden Fall auch eine der besseren und einfacheren Strecken finde ich. Also ich denke das Wochenende könnte auch ganz gut laufen. Erste Runde später und jetzt habe ich doch die ganzen Leute eingeholt schon. Aber ich muss sagen, fahrerisch bereitet mir die Strecke wieder deutlich weniger Probleme als die ersten zwei Rennen. Also Portugal, USA, Katar, so die ersten zwei, drei Strecken, die waren nicht so einfach. Aber Heres war gut, Le Mans ist auch ganz nice, gefällt mir vom Flow einfach die Strecke. Also wie gesagt, wegen der adaptiven KI bleibe ich halt bei der Folge nochmal dabei. Schaue wie das jetzt läuft, weil jetzt in Le Mans habe ich auch wieder eine gute Referenz. Weil das echt eine Strecke ist, die mir eigentlich sehr gut liegen müsste. Und wenn ich wieder mal ganz vorne mit dabei bin, dann weiß ich, dass die adaptive KI eigentlich keinen Sinn macht. Weil ich sollte eigentlich nicht immer so weit vorne mitfahren. Klar auch wenn Acosta das in Realize schafft, aber das Motorrad ist eigentlich nicht das, womit man um die WM mitfahren sollte. Sondern wenn, dann maximal mit der Werks-KTM. Aber die KI scheint schnell zu sein hier im Training, also mir fehlt schon die halbe Sekunde auf Acosta. Ich gehe mal nochmal raus mit den weichen Reifen. Boah, alleine gerade hier im ersten Sektor schon fast die Sekunde rausgeholt, komischerweise. Klar, das kann wahrscheinlich an den Soft-Reifen liegen. Also jetzt sind wir echt schnell unterwegs. 1,2 Sekunden. Aktuell schon mal besser. 1,3 Sekunden. Jetzt kommt das Zerow. Wir haben zwei Sekunden rausgeholt. Alter, also das ist echt eine Menge. Damit sind wir auf jeden Fall locker Erster. So, ich denke, das passt. Aber jetzt mal ein Statement gesetzt zum Ende. Training ist vorbei. Wir sind Vierter, also schon sehr stark. Sechstehntel hinter Manjaja. Acosta ist Achter, Sechstehntel wiederum hinter uns. Also wir sind auf jeden Fall wieder sehr weit vorne mit dabei in der Top 4. Deutlich besser als der Kollege. Jetzt in Collie fange ich erwarte eigentlich nichts anderes, außer dass wir auch wieder so eine 1,33er Zeit hier hinlegen können. Ich hatte in der vorletzten Folge ja auch gefragt, wie ihr so anbremst beim Spiel. Und es gab da schon eigentlich so die Mehrheit, die einfach erstmal relativ stark bremst und die Bremse danach immer stärker aufmacht. Was ja auch so ungefähr mein Bremsstil ist. Und natürlich auch danke weiterhin für den krassen Support. Also es ist wirklich unfassbar, wie diese Folgen da ankommen. Auch die Folge aus der USA, die aus meiner Sicht vorgestern rauskam, hat jetzt mittlerweile auch schon wieder über 1000 Aufrufe und über 60, 70 Likes. Also wirklich verrückt, was ihr da für einen Support raushaut, Freunde. Also vielen Dank. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass es so krass wird. Letztes Jahr bei MotoGP war es auch schon sehr, sehr verrückt. Der Support vor allem auf die ersten Folgen. Okay, das war jetzt gar nicht gut. Also wirklich verrückt. Vor allem auch die erste Folge in der MotoGP, also die dritte vom Projekt, kam auch extrem gut an. Also wirklich verrückt, Freunde. Vielen Dank für den Support. Das kann ich ja nur nochmal wiederholen. Mittlerweile auch schon Richtung 2600 Abonnenten. Also das geht so schnell. Aber wirklich cool, dass wir da so eine Community vereinen. Freut mich. Ja, die erste Runde war erstmal gar nicht gut. 1,35 Alter. Also ich weiß selbst, da geht viel mehr. Ich würde sagen, ich fahre einfach nochmal rein und hole neue Reifen, weil das macht keinen Sinn, da hinter den ganzen Gegnern herzufahren. Also keine Ahnung, wie ich damit noch so weit vorne sein kann. Aktuell Fünfter. Ja, lief leider noch nicht so gut irgendwie. Fast keine Verbesserung. Ganz minimal. Ja, die erste Runde war. Das war schon mal immerhin eine größere Verbesserung, aber immer noch nicht da, wo ich sein will. Wir sind aber erster tatsächlich, 1,34, 0,55. So, da bin ich jetzt nochmal rausgefahren. Ich will da die 1,33 wieder schaffen. In Qualifying sollte ich das auf jeden Fall nochmal machen. Ich habe mich nochmal minimal verbessert, knapp eine Zehntel, aber nicht auf zufriedenstellende Weise. Ah Mann, also ich denke, ich lasse es einfach jetzt mal dabei in Qualifying. Schade, ich dachte, da geht eigentlich noch mehr, aber mal schauen, ob es trotzdem reicht für die Pole. Ich weiß nicht, wie ich es im Training geschafft habe, diese eine perfekte Runde. Ich habe sogar ohne Rückblende, aber wir haben die Pole. Jawohl, Freunde, die zweite in Folge. Sehr stark, vor den beiden Aprilia, dann Alex Marcus, Marc Marcus und Acosta ist neunter. Also, ich kann festhalten, KI ist wieder zu einfach. 1,2 Sekunden vor den Kollegen. Also, ich würde mal so langsam sagen, dass ich in der nächsten Folge auf jeden Fall den adaptiven KI-Schwierigkeitsgrad ausschalten könnte. Okay, jetzt geht es los mit dem Rennen. Wir wieder mal auf der Pole, also Qualifying auf jeden Fall top. So, ich denke, wir wählen... Boah, es werden Soft empfohlen. Alter, als ob. Also, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich schaue mal kurz Hinterreifen. Okay, Hinterreifen waren ungefähr, ja doch stärker abgenutzt. Dann würde ich sagen, hole ich vorne trotzdem Soft. Aber hinten würde ich schon lieber die Mediums, glaube ich, wählen. Also, für ein ganzes Rennen fühle ich mich da schon sicherer, wenn ich die Mediums drauf mache. So, Benzin 12,7. Passt, hoffe ich mal. Und damit geht es los, Freunde. Von der Pole. Ich hoffe diesmal auf einen guten Start. Bisher lief es nie so gut. Ja, wieder mal nicht optimal. Also, die Start ist bisher noch nicht so gut. Schreibt da gerne mal Tipps rein. Bisher noch nicht einen perfekten Start erwischt. Immer Position verloren. Ohr, das ist eng. Aber bis jetzt ganz gut gehalten. Oh, Alter, wie fährt der denn zurück? Ist der verrückt, Alter, dieser Aprilia-Fahrer. Ich weiß nicht, wer. Junge, hätte ich da. Wäre ich da nicht abgekürzt. Ich wäre sowas von eben reingefahren. Also, bisschen chaotische Startphase. Aktuell ein bisschen vorbeigedribbelt. In der Innenseite. Damit wieder auf P5 Acosta. Vierter, schön. Aber dieser Start, Alter, war echt bekloppt. Wieder gegen Acosta jetzt durchgesetzt oder nicht ganz. Aber ja, bisher ganz okay. So, Benzin gehe ich mal runter auf 2. Hier innen durch am Kollegen vorbei. Das klappt. Super. Damit P4 wieder mal. Ganz vorne Bastianini, Miller und dann Vinales. Das ist also ein bisschen unüblich. Die Top 4 erstmal. Ohne Jorge Martin, ohne Bagnaya. Boah, das war ein Riesenausweg. Aber hat nicht so viel Zeit gekostet. Alex Marquez habe ich wieder. Marquez ist doch wieder vorbei. Jetzt links vorbei an Alex Marquez. Schön im Windschatten. Das Problem. Oh, das war ein bisschen rabiat gegen Martin. Hat geklappt. Acosta auch überholt. Damit Platz 4 erstmal sicher. Mehr oder weniger sicher, weil ich hier da rausfahre. Oh Mann. Jetzt aber nochmal vorbei. Damit bin ich aber jetzt Vierter. Benzin sollte ich diesmal auf jeden Fall im Blick verhalten. Jack Miller macht da nicht den schnellsten Eindruck, habe ich das Gefühl. Oh, Jorge Martin hatte den Unfall. Okay, welcher der Aprilia-Fahrer war das? Aleish. Ah, genau, das war Aleish. Guckt euch das mal an. Der fährt hier komplett wieder zurück. Und ich musste dann hier rechts quasi ausweichen. Weil sonst hätte es auf jeden Fall die Kollision gegeben. Also echt krass, wie der da zurückkam. Jetzt der Sturz von Jorge Martin. Wie ist das passiert? Er fährt im Windschatten. Bremst dann ab. Und dann fährt er ins Kiesbett komischerweise. Okay. Und Vinales hat es erstmal geschafft. Wir hier auch. Bisschen abgekürzt. Aber jetzt habe ich beide auf einmal. Oh, okay. Das ist krass. Schönes Manöver an sich. Oh, Vinales kommt da wieder. Aber jetzt passt das. Hoffe ich mit dem Rausbeschleunigen. Und wir haben Platz 2. Sehr stark. Schönes Manöver. Ja, sieht gut aus. Also 1,1 Sekunden der Rückstand nur noch. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich gewinnen kann. Von der reinen Pace her. Sollte das machbar sein. Zeiten auch sehr gut. 1,34,0 gerade gefahren. Also so wie im Qualifying quasi. Boah, doch. Ich bin viel schneller hier im ersten Sektor vor allem. Halbe Sekunde nochmal eingeholt. Also KI doch wieder mal zu einfach leider. Also es ist irgendwie immer das Gleiche. Bin der Schnellste im Qualifying. Verliere ein paar Plätze am Start. Und bin dann doch auf jeden Fall der Schnellste im Rennen. Bis auf die Regenrennen war es halt immer der Fall, dass ich der Schnellste war. Ich bin echt viel schneller. Also jetzt schon direkt hinter Bastianini. Das sollte locker der Sieg werden. 1,33,7 jetzt schon gefahren. Mit Abstand der Schnellste. Jetzt hier im ersten Sektor Bastianini. Uh, das wird eng. Mal schauen, ob ich jetzt hier irgendwie was versuche. Auf jeden Fall alle Trümpfe bei uns in der Hand. Wir sind der Schnellste. Ohne Frage. Gerade genau hier mache ich es leider nicht so schlau. Aber wir sind vorbei. Bei Acosta allerdings auch stark auf Platz 5 aktuell. Also echt solide. Der Kollege. Oh, Benzin muss ich doch mal sparen. Also sonst geht das wieder nach hinten los, würde ich sagen. Minus 0,3. Also obwohl ich Power Modus 1 fahre. Also eigentlich das quasi, was am wenigsten Benzin verbraucht, bin ich im Minus. Oh Mann. Ich hoffe mal, dass das nicht wieder nach hinten losgeht. Aber egal. Ich bin sowieso der Schnellste. Also sollte kein Problem sein, dass ich trotzdem gewinne. Aber jetzt habe ich das Ganze schon mal ausgeglichen. Wenigstens plus 0,0. Ich würde sagen, nächste Folge fahre ich dann auf jeden Fall mal mit richtiger KI. Also nicht adaptiv. Weil so ist das wirklich zu einfach. Jedes Mal irgendwie der Schnellste in Qualifying. Im Rennen auch sehr, sehr schnell. Die optimale Benzinmenge ist dann so ungefähr eine Stufe über diesen 12,7 Kilogramm. Also glaube ich 13,2 oder was das war. Damit das für jede Strecke ungefähr ausgehen sollte. Aber es war schon lächerlich. Ich spare so viel Benzin. Fahre über eine Sekunde langsamer. Und bin trotzdem noch eineinhalb Sekunden vor Bastianini. Ihr könnt gerne schon mal Vorschläge reinschreiben, wie hoch ich die KI ungefähr einstellen soll. Aber das ist ja sowieso bei jeder Strecke trotzdem natürlich unterschiedlich. Weil es gab im letzten Jahr Strecken, wo ich mit 70 selbst da Probleme hatte. Und dann plötzlich andere Strecken, mit denen ich auf 90 trotzdem gewonnen habe. Aber trotzdem haben wir das super gemacht. Die ersten vier, fünf Runden waren sehr, sehr interessant. Aber seit ich vorne bin, ganz entspannt einfach nur noch Runde für Runde abspulen. Das Benzin wird aber wirklich knapp. Ich habe so viel gespart. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Als ob wir trotzdem Probleme haben. Aber ich bin drei Sekunden vorne. Also kann auch sein, dass gefühlt alle Gegner irgendwie Benzinprobleme haben. Keine Ahnung. Ganz, ganz merkwürdiges Rennen. Also der Anfang war sehr spannend. Coole Duelle mit den ganzen Gegnern. Mit Bastianini, Miller und so weiter. Den Kollegen. Der ist sogar fünfter. Starkes Rennen. Benzin ist aber noch im Plus. Wir haben eine Sekunde nur noch Vorsprung. Ey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es leer wird. Oh oh. Also das steht immer noch plus 0,1. Wir haben nur noch einen Sektor. Gut getimt, aber so viel Benzin gespart. Alter, jetzt nochmal Vollgas. Komm, jetzt ist es sowieso egal. Wir schaffen es und gewinnen den großen Preis von Frankreich, Freunde. Jawohl, Alter. Sehr, sehr stark. Das zweite Mal schon ein Rennen gewonnen. Krass. Also nach Katar, da war es ja sowieso viel zu einfach. Hier. Also hätte ich genug Benzin dabei. Wir wären locker fünf, sechs Sekunden vor Bastianini im Ziel. Aber ganz entspannt. Also leider wieder zu einfach. Das kann man nochmal festhalten. Also ich würde sagen, adaptive KI ist gescheitert, das Experiment. Ja, rundenzeittechnisch aber die KI eigentlich nicht langsam. Die fahren halt sowieso so einen Mischmasch an Rundenzeiten, weil manche dann quasi extrem geboostet werden wegen der adaptiven KI. Fährt zum Beispiel Sarko auf Platz sechs. Keine Ahnung wie. Ansonsten die Favoriten, also Bagnaya ohne Punkte, Martin ohne, ja doch, Bagnaya 13. Martin 16. Sind in der Fahrerwertung doch nicht erster, aber dritter. Zwölf Punkte hinter Vinales. Der Kollege ist auf Platz 11. 33 Punkte. Und bei den Konstrukteuren sind wir sogar vor Gressini. Das fühlt sich auf jeden Fall besser als in Katar, weil Katar war definitiv zu leicht. Das hier, ja, war auch zu einfach, muss ich sagen, leider. Trotzdem cool, also sehr viel Chaos nochmal am Ende mit Benzin sparen. Ich habe echt Angst gehabt, dass das wieder nicht reicht. Ich musste echt so viel sparen. Sehr, sehr verrückt. Aber zum Glück ist es doch ausgegangen. Irgendwie gerade so. Ja, sehr stark. Hä, was ist das denn für ein Anzug? Hä? Okay, das Spiel ist verbuggt. Ey, wie geil, Alter. Schaut euch das mal an. Unser Renneranzug ist verbuggt. Cool, 4,1, 4,3, 4,2. Okay, sieht auf jeden Fall sehr, sehr komisch aus. Was, ey, was ist das denn jetzt gewesen? Oh mein Gott, Alter. Das wird ein geiles Thumbnail. Ey, ey, Mann, Alter. Was ist das denn jetzt? Einfach Renneranzug. Komplett verbuggt, Freunde. Ey, cool. Unser neuer Renneranzug. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Crazy. Naja, wir haben alle Ziele erfüllt. Sehr cool. Nächstes Rennen, Barcelona. Okay, damit würde ich sagen, war es das mit der Folge. Lasst gerne wie immer Like und Abo da, falls ihr neu seid, keine weiteren Videos verpassen wollt. Nächste Folge, wie gesagt, dann Barcelona. Damit, Freunde, war es das. Heute gewonnen, Pole geholt, dominiertes Wochenende. Also, habt noch einen schönen Tag, haut rein. Bis zum nächsten Part und ciao. Aber keine Ahnung, was das mit dem Renneranzug gerade noch war.